Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe dieses Jahr der Coinbase-Pressekonferenz. Bei mir sind heute Roman R., seines Zeichen CGO und unser Teammanager des Counter-Strike-Teams und unser Teamkapitän seit nunmehr, wie lange gibt es uns schon, fünf, sechs Jahre, ich zähle nicht mehr mit, Johannes Tapsen. Wie geht's, wie steht's? Ja, hallo, erstmal einen schönen guten Abend. Und soweit ganz in Ordnung, vielen Dank der Nachfrage, ich hoffe dir genauso und den allen anderen Zuschauern. Und natürlich Roman auch. Ja, ich schließe mich an. Ja, bei mir ist alles gut. War ein langer Tag, besonders für die Jungs wieder. Ja, aber wir freuen uns, uns den Fragen zu stellen und vielleicht ein bisschen einen Einblick zu geben, wie unsere Gefühlslage ist, wie es uns geht, wie es den Jungs geht und euch so ein bisschen ins Boot zu holen. Genau, sowohl ihr als auch die lieben Pressvertreter hatten vorab die Chance, Fragen zu stellen. Ich habe ein paar davon gesammelt, werden hoffentlich den Großteil davon heute einmal beantworten können. Und ihr habt aber auch die Möglichkeit, und das werde ich im Chat ein bisschen verfolgen, auch Fragen einzustellen. Zu Not, zu Not auch gerne öfters, falls ihr überlesen wird. Bitte aber nicht spammen, gerne mit ein bisschen Abstand dazwischen. Genau. Und ich würde sagen, wir können direkt, bevor wir starten, Johannes, kannst du ja kurz mal ein Update geben, wie so die letzten Tage bei euch aussahen, vielleicht auch heute, was ihr getrieben habt, wo gerade der Fokus liegt. Ein kurzer Einblick in den Trainingsentrag. Ja, natürlich. Ja, zurzeit sind wir in einem sogenannten Online-Bootcamp. Vier von fünf befinden sich derzeit in Berlin. Ja, unser Alltag sieht eigentlich so wie jeder Tag, sieht eigentlich ziemlich gleich aus. Wir fangen ziemlich früh an, enden sehr, sehr spät, trainieren sehr, sehr viel, versuchen das Beste und das Größte, sage ich mal, rauszuholen an dem Tag. Wir wissen alle, dass es ein sehr, sehr wichtiges Turnier ansteht. Die letzten Ergebnisse waren natürlich jetzt nicht so brillant, aber wir versuchen natürlich, alles das Beste rausmöglich zu machen. Und ja, wir trainieren sehr viel. Und das ist eigentlich so meine Hauptmessage, dass wir auf jeden Fall sehr viel trainieren. Ich glaube, wir hatten das letzte Episode mit Fatih auch besprochen. Was heißt denn bei euch viel trainieren? Also ich weiß, dass da schon einige Stunden die Woche auch mal zusammenkommen. Ich glaube, Wochenarbeitsstunden zählen brauchen wir nicht mehr. Ich glaube, da sind wir drüber hinweg. Aber was heißt es, so trainieren, so ein von bis und auch privates Training dann? Ja, also von elf bis, ja, bis heute, ich sag mal, ist eher ein kürzerer Tag. Heute war es bis 1945 ungefähr. Es ist Teamtraining, individuell danach muss halt jeder Wissen selber noch ein paar Stunden drauflegen, um individuell ein bisschen zu performen, sag ich mal, oder seine eigenen Spielstunden reinzubringen, weil im Teamtraining natürlich das beinhaltet Theorie und natürlich auch Praxis und natürlich auch Demo-Sessions und so weiter. Aber ja, so kann man sich das vorstellen, dass wir von elf bis zwanzig Uhr Pi mal daumen, mal mehr, mal weniger, mit einer Stunde, eineinhalb Stunden, mal ein bisschen fünf Minuten Pausen natürlich dazwischen, aber so Pausen haben. Aber so ist eigentlich der Alltag, dass wir durchziehen. Ich denke, da vergisst du so ein bisschen auch die Arbeit, also hast du ja erwähnt, aber ich glaube, das ist halt unheimlich viel, was die Jungs halt noch individuell machen. Also sie gucken sich Demos an, sie philosophieren im Prinzip. Jetzt haben wir auch nochmal eine halbe Stunde Wartezeit gehabt. Da wird der Tag nochmal so ein bisschen im Gedächtnis Revue gelassen und man schaut, wie was gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist. Also ich glaube, die Jungs beschäftigen sich halt unheimlich viel mit der Philosophie von CS, wie bestimmte Mechanismen halt besser greifen und das halt auch außerhalb der Trainingsseite. Also gerade bei so einem Bootcamp ist CS allgegenwärtig. Gut, ich würde auch direkt mit der ersten Frage starten kommen von Twitter. Sorry, werde ich den Namen ein bisschen batschern. Das ist Binai oder Binash zu seiner Frage oder ihrer Frage. Die aktuellen Ergebnisse entsprechen ja nicht wirklich den Ansprüchen oder unseren Ansprüchen. An was denkt ihr liegt das und wie wollt ihr aus diesem Leistungsziel wieder rauskommen? Direkt die direkteste Frage wahrscheinlich direkt vorab. Ja, natürlich, die Ergebnisse sind zurzeit weitaus unter unserer Vorstellung und auch unter unserem Niveau. Woran es liegt, ist natürlich ein bisschen schwierig zu sagen. Ich denke, wenn man jeden einzelnen Spieler im Team fragt, wie wir uns derzeit fühlen, würde ich sagen, dass sich jetzt jeder nicht sehr, sehr schlecht fühlt. Es gibt natürlich Tage, da fühlt man sich schlechter, aber auch mal ganz okay. Wir machen auf jeden Fall Fortschritte, wobei wir selber sagen, dass wir Fortschritte machen, ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und es ist nicht jeder Tag gleich oder nicht jeder Tag ist nutzlos. Aber wir haben jetzt selber auch nicht die perfekte Lösung, wo wir sagen können, ey, in einem Monat wissen wir auf jeden Fall, wir können da und da und daran arbeiten, werden wir auf jeden Fall besser. Wir versuchen, das Beste daraus zu machen. Wir versuchen jetzt derzeit sehr viel an Basics zu arbeiten, und dass wir auf derselben Seite sind, dass alle die Spielphilosophie auf jeden Fall verstehen, dass wir auf derselben Seite sind, dass es gut harmoniert. Und ich denke, auch vor allem jetzt mit Matze ist es noch sehr, sehr früh, dass er auf diesem Niveau spielt. Natürlich spielen wir jetzt auch nicht gegen Teams, die Top-Top-Niveau sind. Jetzt im Optum-Qualifier haben wir gegen einen FPL-C oder FPL-Mix verloren. Aber nichtsdestotrotz denke ich, wir trainieren auf jeden Fall hart und wir sind auf jeden Fall der Meinung, dass wir Fortschritte machen. Das ist halt das, was uns alle ein bisschen so ins Grübeln bringt, weil wir sagen jetzt nicht, ey, wir bleiben auf der Stecke stehen, wir wissen nicht, woran es liegt oder woran wir arbeiten müssen, weil wir machen auf jeden Fall Fortschritte und wir haben das Gefühl, dass wir uns stets verbessern. Ja, vielleicht noch hinzuzufügen, also ich glaube, von der Trainingsmotivation und von der Herangehensweise, von der Struktur, auch die Alltagsstruktur von intensiven Einheiten und eher halt auch mal so ein bisschen Freiraum zu lassen, ich glaube, die ist sehr gut. Das hat der Johannes schon gesagt, manchmal ist es halt schwierig, so genau rauszufinden, was es gerade liegt. Also ich meine, die Ergebnisse sprechen für sich. Ich denke, jetzt mit Blast hat man wieder so gesehen, was drin ist und was eigentlich für ein Potenzial in dem Team steckt. Aber die Ergebnisse davor gingen halt ganz klar in so eine Richtung, wo es nicht nur euch deprimiert als Fans, sondern halt uns halt auch. Und gerade die Spieler, also die knabbern da unheimlich hart dran und probieren halt alles, um da rauszukommen aus diesem Sumpf, nenne ich es mal, und arbeiten noch härter. Und das ist manchmal auch so ein Strudel, wo man halt, ich glaube, das ist halt, der Weg daraus ist einfach ein Erfolgserlebnis. Ich glaube, das ist so ein Knackpunkt. Und wenn man den schafft, dann kann es auch schnell wieder in die andere Richtung gehen. Aber wenn man wüsste, wo genau es dran liegt, dann wäre es relativ einfach. Ich denke, wir gehen genau den richtigen Weg. Wir arbeiten weiter an uns, sowohl individuell als auch als Team. Keiner gibt auf, der Workflow ist hoch, die Motivation ist hoch, jeder will in der Konstellation es schaffen. Keiner hat aufgegeben und aus meiner Sicht kommt der Erfolg dann einfach irgendwann. Ja, genau, dazu passend auch zum Thema Blast Showdown von Nighting and Damage eine Frage. Genau, die Leistung beim Blast Showdown war deutlich besser als bei den Turnieren zuvor. Das hatten wir bereits angesprochen. Gab es eine besondere Vorbereitung auf das Event? Oder was lief im Vorfeld anders als in dem Fall zu den CCT-Turnieren war das? Oder war das einfach, sagen wir mal, ein Resultat der konstanten Entwicklung? Was würdet ihr sagen? Also ich kann ja was dazu sagen. Ich denke auf jeden Fall, dass es, wie du schon sagst, es ist die Erwartungshaltung, wenn man halt im Training der Meinung ist, dass man sich verbessert, dann muss eine Verbesserung irgendwann mal zu sehen sein. Und früher oder später ist sie zu sehen. Ich denke, hier auf Blast haben wir es auf jeden Fall gezeigt, dass wir halbwegs gutes Counter-Strike spielen können und auch mal gegen bessere Teams auch hier und da eine Map gewinnen können. Aber jetzt zeigt sich das, ob das jetzt wirklich bewahrheitet und wir das fortführen können. Auch vor allem jetzt in den nächsten kommenden Turnieren, die weitaus wichtiger sind. Natürlich hätte man sich gerne für Blast qualifiziert, aber Hand aufs Herz, jeder möchte gerne aufs Major. Jeder möchte gerne in Major spielen. Und vor allem das letzte CSGO Major ist einfach das, was zählt. Und wenn wir uns qualifizieren, wenn wir dort performen, dann ist, sage ich mal, die ersten drei Monate, wo wir halt verkackt haben, da kann man nochmal ein Auge zudrücken, weil wir sind halt auf dem Major und wir sind als einziges deutsches Team vertreten und hoffentlich wird es halt so eintreffen. Magst du noch was hinzufügen? Ich denke, da hat Johannes alles gut beschrieben und ja, die Frage wiederholt sich halt auch so ein bisschen. Also ich denke, da ist jetzt nichts hinzufügen. Ich denke, das Major ist immer noch für alle mit das wichtigste Turnier im Kalender. Das ist ganz klar und vor allem jetzt auch das letzte Counter-Strike Global Offensive Major, dass das dann derzeit höchster Stelle steht, ist, glaube ich, für alle. Genau, Lars, klar. Kurz zum Thema Hyped, ebenfalls von 910 Damage. Wie zufrieden, seitdem mit seinen bisherigen Leistungen hat er jetzt ein paar Wochen, Monate gehabt, um sich auch ins Team einzufügen. Vielleicht darauf ruhig kurz eingehen und Nachfrage noch, woran müsste er denn aus deiner Sicht, Johannes, noch arbeiten? Ja, ich kann mal anfangen, ruhig Roman. Also es gibt Phasen, da kommt ein neuer ins Team und beweist sich direkt. Ich denke, Karim ist da ein sehr gutes Beispiel, wo er sich sehr, sehr schnell ins Team auch gefunden hat und auch gezeigt hat, was er drauf hat. Ich denke, bei Matze war es auch. Er ist in einer Position und muss einen noch deutlich wichtigeren Spieler ersetzen, was, denke ich, ein bisschen schwierig ist, ohne wirkliche Erfahrung und natürlich auch mit der Erwartungshaltung, dass man so eine Position füllen muss. Ich denke, er hat eine Erwartung von sich selber, auch die er gerne erfüllen wollen möchte. Ist natürlich sehr, sehr schwer, aber prinzipiell bin ich eigentlich zufrieden mit seiner Leistung. Natürlich geht es hier und da immer besser, aber die Verbesserung ist immer zu sehen. Er hat gute Performance gezeigt, er hat auch schlechte Performance gezeigt, aber im Großen und Ganzen ist er vom Menschlichen und auch vom Spielerlichen eigentlich ein guter, passender Spieler. Man muss aber sehen, wie sich das langfristig natürlich noch zeigen wird, wie konstant wir spielen können oder ob wir uns vielleicht auch verbessern. Aber prinzipiell denke ich, es ist auf jeden Fall Potenzial da und auch vor allem das Talent und die Arbeitsmoral und die Einstellung stimmt auf jeden Fall. und das ist das, was positiv ist, abgesehen vom Spielerischen natürlich. Also ich denke, prinzipiell hat jeder Spieler das Potenzial, ganz oben mitzuspielen. Deswegen sind die fünf bei uns im Line-Up und ich denke, bei Mats ist das genauso. Das, was uns im Moment fehlt, ist halt einfach die Konstanz. Also ich glaube, klar, nach der Pro League haben wir viele schlechte Spiele gehabt gegen vermeintlich schlechtere Gegner, aber auf der Pro League haben wir zum Beispiel auch ein überragendes Spiel aus meiner Sicht gegen Heroic gehabt, was man genauso gut hätte gewinnen können. Also bei CS sind das immer so Nuancen. Gewinnst du dieses Spiel auf der Pro League gegen Heroic, bist du direkt für die Playoffs qualifiziert, hast unheimlich viel Punkte, musst nicht die CCT-Dinger spielen, was natürlich keine Entschuldigung ist, dass du da jetzt nicht gegen vermeintlich schlechtere Gegner spielst, aber du wirst irgendwann mal ausrutschen, wenn du immer wieder gegen Teams spielst, die halt die großen Teams auch ärgern wollen. Und die Teams werden auch alle besser. Also jeder arbeitet hart. Ich glaube, auch auf dem mittleren Niveau sind Teams, die Potenzial nach oben haben und man kann auch mal gegen die verlieren, aber es war jetzt ein, zweimal zu oft. Das ist die Meinung, die wir vertreten. Ich glaube, da spreche ich für alle aus dem Team und das ist das Problem. Und da müssen wir uns so ein bisschen wieder rauskämpfen, weil wir wissen, dass wir mehr Potenzial als diese Teams haben, dass wir mehr Talent haben. Davon bin ich überzeugt. Aber wir können es aus vielerlei Hinsicht manchmal nicht abrufen. Und uns fehlt so die Konstanz. Wir haben überragende Spiele und dann haben wir wieder Spiele, wo wir denken, aus welchem Grund trifft XY die und die Entscheidung und dadurch verlierst du halt Runde für Runde. Und wenn das dann sich vermehrt in einem Spiel, dann ist es halt schwierig, das auszugleichen. Und ich denke, das ist das, was unheimlich wichtig ist in CS, dass du halt konstant ein gewisses Level hältst und dann halt ein bisschen ausbrichst nach oben und das kann man auch ein bisschen nach unten ausbrechen. Aber nur so übertrittest du dein Turnier. Also es bringt halt auch nichts, wenn du einen absoluten Peak hast und jeden schlägst. Und dann bist du im nächsten Spiel bist du nicht mehr der, der da vorher den Sieg geholt hat, sondern du spielst halt auf einem ganz anderen Level. Und so wirst du halt keine Turniere gewinnen. Und das ist das, was wir suchen nach dieser Konstanz. Und ich denke, da machen wir sehr viel im Moment. Aber es ist halt gerade mit vielen jungen Leuten und auch mit Matze, der neu dazugekommen ist, ein Prozess. Und der ist manchmal ein bisschen langwierig und auch schwierig. Und das ist das, was wir halt erreichen wollen und wo wir dran arbeiten. Sehr gut. Zum Thema Blast auch eine gute Follow-up-Frage von Vorpomentorte aus dem Chat. Genau, weil Tapsen eben das Trainingspensum angesprochen hatte. Ich hatte zum Beispiel jetzt gegen C9 das Gefühl, dass es euch schwerfällt, die Konstellation, Motivation, die Frage gestellt, aufrechtzuerhalten. Klar ist das innerhalb eines Best-of-Threes ein Stück weit normal, aber stimmt dann die Balance aus Training, Wettkampf und Recovery. Das ist, denke ich, eine berechtigte Frage, auch aufgrund der Menge der Turniere, die wir, du erläutert hast, oder so, man auch spielen. Nicht mussten, aber sollten. Genau, Johannes, ja. Ja, also ich kann ja auch spielerisch sagen, dass wenn wir in einem Turnier vertreten sind, ist es jetzt nicht der Tagesablauf, so wie ich jetzt eben beschrieben habe, wie beim Training sozusagen. Wir achten da schon darauf, dass wir uns jetzt nicht zu sehr überanstrengen vor dem Spiel. Natürlich haben wir eine gewisse Routine, die wir versuchen auch einzuhalten, mit Einspielen, Analyse und generell Gameplan, um auf das Spiel einfach sich vorzubereiten. Aber ich denke, es ist ein bisschen schwierig, wenn man auf einem Turnier ist und dann eine gewisse Pause haben will, weil wenn man sich halt vergleicht mit anderen Teams, die grinden dann nebenbei halt sehr, sehr viel Facet, mit FPL oder auch individuell einfach, wo man halt dann einfach auf dem Server gesehen einfach weit unterlegen ist. Und jetzt kann man natürlich die eine Schiene fahren oder die andere Schiene fahren. Andere würden sagen, ja, ey, mach doch mal mehr Pause, hilft auch mal. Andere würden sagen, ja, wir können uns aber da auch rausarbeiten. Und ich denke, es ist immer so ein Zwiespalt, wenn man halt die gleiche Philosophie führt. Dann ist es egal, welchen Weg man geht. Aber ich bin halt der festen Überzeugung davon, je härter man an etwas arbeitet, desto mehr glaubt man auch an sich und an das Projekt. Einfach, um man dann in gewissen Situationen da diese nötige Energie zu haben oder diesen nötigen Rückhalt von einem Team auch zu haben. Weil man weiß, ey, wir arbeiten eigentlich so viel und wir arbeiten so gut auch zusammen. Ich denke, wir könnten sogar mehr als die andere Gegner arbeiten. Und auch generell so dieser Zusammenhalt ist halt da, weil man sich halt gegenseitig stärkt. Aber es ist natürlich auch, wie gesagt, ein bisschen kontraproduktiv, wenn man natürlich mehrere Turniere in einer Woche oder in zwei Wochen spielt. Aber das ist halt das CS-Leben so. Man kann sich das nicht aussuchen. Wenn man jetzt in einer schwierigen Zeit ist, wo man viele Spiele verliert, desto mehr muss man eigentlich spielen, um wieder aus dieser schwierigen Zeit rauszukommen. Wenn man das nicht macht und man ein bis zwei Wochen Pause macht, sage ich mal, und jetzt ein nächstes LAN-Turnier hat und du das auch verkackst, dann bist du irgendwann mal komplett raus aus der Top 20 oder aus der Top 30 und dann wieder Online-Open-Qualified zu spielen. Jeder weiß, dass du einen B01 gegen jeden verlieren kannst. Natürlich solltest du nicht in der ersten Runde verlieren, aber man kann schon gegen viele Teams da verlieren. Hast du noch was dazu zu fügen, Roman? Sonst würde ich weitergehen. Nee, ich denke, das ist eine gute Antwort gewesen und umschreibt das sehr deutlich. Genau. Nächste Frage von Shifty, CS aus Twitter. Von Twitter. Während des Blast-Turniers hat man gesehen, dass Skob viel gesprochen hat. Sagt er denn vermehrt bei solchen Events an, zumindest was Taktiken in seinen limitierten Möglichkeiten angeht, oder ob liegt das weiterhin dir da an ist? Ja, prinzipiell, wenn Fatih eine Timeout nimmt, dann hören wir natürlich alle zu. Er gibt halt sehr, sehr wichtigen und guten Input. Was wir von innen nicht sehen, sieht er von außen, sei es Kommunikation, sei es Read-Off im Gegner, sei es irgendwas, was wir abusen können. Aber sonst bin ich der, der am meisten was callt oder der am meisten den Aufbau bespricht oder das vorgibt, was gespielt werden soll. Natürlich mit hier und da, Eigenentscheidungen sind immer da. Ich rely natürlich auch auf die Kommunikation, auf die Informationsverarbeitung von meinem Team. Ja, und sonst natürlich, Fatih spricht natürlich auch sehr, sehr viel über Strategie und Outplay hier und da und Handling und so weiter. Eine kleine Nachfrage auch von mir, aus freiem Interesse. Da ich, dass die Timeout auch sehr beschränkt sind, was Zeit angeht, ist es dann, was sind so die Hauptthemen? Ist es meistens Read, ist es meistens Kommunikation im Team? Es ist so ein Mix aus allem. Also meistens ist es auf jeden Fall, wenn Fatih was erkennt, womit die eine Runde gewinnen, nimmt er einen Timeout und sagt, wir sollten das und das spielen. Versucht es natürlich auch dann so zu beschreiben, innerhalb von 40 Sekunden oder 30 Sekunden, dass es alle verstehen. Ansonsten übernehme ich meistens die Koordination, er sagt halt den groben Plan. Aber sonst natürlich achtet, also gibt er auch mal einen Heads-Up von, ey, die Kommunikation ist gerade sehr hektisch, lass mal ein bisschen mehr darauf achten. Oder ey, eure Granaten sind jetzt gerade ein bisschen verworfen worden, ein bisschen mehr darauf achten. Oder generell auch einfach, ey, wir schießen gerade nicht so viel, ein bisschen weniger reden, mehr auf Crosshair-Fokus. Gibt es aber halt so ein paar Informationen, die uns auf jeden Fall generell helfen, so während des Games. Manchmal, denke ich, er motiviert euch auch nur, ne? Oder beruhigt euch wieder. Ich glaube, das ist halt auch ein wichtiger Part. Ja, das ist natürlich auch wiederum ein gewisser Skill, den man auch dann verstehen muss, was eigentlich jetzt gebraucht ist. Und ich denke, Fatih hat da ein gutes Feingefühl, was eigentlich gebraucht wird, in welcher Situation. Gut. Kleine Follower-Frage zur Kommunikation von Sledgehammer auf Twitter. Genau. Ist es aktuell so, dass Kito und Nils dich bei Ansagen unterstützt? Wie kann man sich das vorstellen, je nach Map? Oder sagt einfach der, an der sich gerade gut fühlt? Also natürlich nicht komplette Ansagen, aber dein Support. Ist es bei T und CT unterschiedlich? Wie sieht da die Support-Structure aus? Ja, prinzipiell bin ich der meiste, der immer was sagt. Natürlich, wenn jemand etwas erkennt, was ich nicht erkenne und es auch in einer gewissen Confidence ausstrahlt, hat, dann wird das natürlich auch bevorzugt über meine Ideen. Aber sonst prinzipiell geben alle Input. Ich versuche, die Information zu verarbeiten, versuche, die beste Entscheidung zu treffen, was aus der Information gekommen ist und so natürlich die Runde zu gewinnen. Natürlich haben wir auch vornherein auch mal Gameplay-Niveau, dass der Fall gar nicht eintrifft, wo wir Runde für Runde für Runde schon vorgesprochenes spielen. Aber sonst natürlich bin ich darauf angewiesen, dass jeder mal Input gibt, dass jeder mal sagt, hey, ich brauche jetzt hier mal Hilfe oder hey, ich denke, das könnte jetzt hier mal gut und das und das gut sein. Aber das ist jetzt natürlich auf einem Niveau, wo es jeder machen kann. Einer macht es mehr, einer macht es weniger, ist auch natürlich ein bisschen positionsabhängig. Aber Nils macht es ja prinzipiell auch einfach auf Maps, wo er Raum einnimmt, wo er vielleicht der Erste ist oder wo er vielleicht etwas erkennt, was andere nicht erkennen. Und wir haben halt Spieler im Team, die sowas auf jeden Fall auch übernehmen können. Es ist halt natürlich wieder dieser Nachteil, dass wenn zu viele Köche an einem Gericht sind, dann wird es halt natürlich manchmal ein bisschen gesalzen. Salzig. Ja, aber da muss man halt natürlich wieder so einen gesunden Mix finden, dass Selbstvertrauen da ist, wenn jemand was callt, dass man das auch in der richtigen Situation spielt. Und ja, es ist halt ein bisschen komplexer als, lass mal A oder B rushen. Ja. Nächste Frage? Ja, Roman? Wolltest du noch was sagen? Nee, nee. Also ich meine, Johannes antwortet so ausführlich, so viel kann man dazu nicht sagen. Genau. Ich weiß jetzt schon, dass ich den Namen falsch ausspreche, weil ich es immer falsch ausspreche, aber das soll mit Absicht spalten von Twitter. Ja, auch spalten. Genau. Vielleicht könnt ihr etwas zu euren Picks sagen. Es wirkt aktuell so, als kriegt man eher die schwächeren Maps der Gegner als die stärkeren Maps von uns selber. Kannst du das ja beleiden? Das würde ich jetzt nicht so agree. Natürlich ist das ein Luxus, wenn man einen 7er Map Pool hat, dass man sagen kann, hey, der Gegner spielt hier auf dieser Map sehr gut, wir können die Map bannen. Wo spielt der Gegner vielleicht nicht so gut? Liegt es auch in unseren Karten? Wenn man jetzt im Online-Qualifier gesehen hat, haben wir halt Nuke, Inferno und auch Mirage gespielt. Das sind eigentlich eines unserer besten Maps, wo wir uns am meisten wohlfühlen. Da kann man nicht sagen, ey, wir haben jetzt Stärke vom Gegner oder die Schwäche vom Gegner gespielt, aber nicht unsere Stärken. Weil natürlich ist mir persönlich auch sehr, sehr wichtig, unsere Stärken zu spielen. Aber da wir einen 7er Map Pool führen, ist das einfach ein gewisser Luxus, den viele Teams nicht haben, das Veto einfach zu gewinnen. Deswegen ist auch unsere Map oder generell im Spiel einfach sehr flexibel, welche Map jetzt gespielt wird. Gegen einen Cloud9 ist es ein Inferno, gegen einen GodSend ist es Nuke. Das sind halt dann Maps, wo man sagen kann, ey, der Gegner weiß auch nicht, was wir picken. Natürlich gibt es da gewisse Pattern zu lesen, aber wir versuchen meistens Stärke von uns und auch die Schwäche natürlich auch ein bisschen vom Gegner auszunutzen. Aber das ist immer abhängig vom Gegner natürlich auch. Vorlauffrage, man stand auch oft in der Kritik, Thema 7er Map Pool, andere Teams haben Permabands. Vielleicht magst du nochmal erläutern, was so zumindest der Gedankengang dahinter ist, ohne zu viel Preis zu geben. Ja, der Gedankengang ist auf jeden Fall, ja, dass es gibt eine andere Ansicht über das Spiel generell. Viele Maps werden ähnlich gespielt. Wir hatten zwei verschiedene Permabands, der eine war Inferno eine sehr lange Zeit, der andere war Ancient und ich war der Meinung, wenn wir ein 7er Map Pool haben, werden wir vielleicht auch besser auf den anderen Maps. Ist natürlich wiederum mit mehr Arbeit verknüpft, aber ich war der festen Überzeugung, dass wenn wir die Maps besser besprechen, wird das auch auf den anderen Maps übertragbar sein. Und wir haben es versucht. Wir sind auch der Meinung, dass es vom Veto nur von der Theorie her auf jeden Fall schon Vorteile bringt. In der Umsetzung oder in der Praxis ist es natürlich ein bisschen was anderes. Aber es ist vorteilhaft, Gegner besten Maps einfach zu bannen. Natürlich kann der Gegner dann sagen, ey, wir haben jetzt eine zweite Map, die wir bannen. Aber es ist jetzt nicht mehr so, wo wir sagen können, ey, wir haben das 2, wo wir das 2 immer picken können, egal gegen wen. Und das ist jetzt bei uns ein bisschen so der Stand, weshalb wir 7 Maps spielen und weshalb wir versuchen, alle Maps ein bisschen besser hinzubekommen, anstatt ey, wir fokussieren uns auf eine Map, wo jeder Gegner die eigentlich gut spielen kann. Also ich denke auch, das ist halt wie in jeder Situation, das wird sich so ein bisschen herauskristallisieren, ob das so bleibt oder nicht. Also man passt sich halt auch einfach an. Wenn man merkt, eine Map passt gar nicht oder man kommt da nicht voran, dann ändert sich das auch schnell wieder. Aber ich denke, momentan ist das bei uns noch nicht der Fall und deswegen ist der 7er-Map-Pull eigentlich auch der richtige Weg. Es war damals zum Beispiel, glaube ich, relativ klar, was unser Pick war, das wusste jeder. Das weiß jetzt zum Beispiel keiner. Also wir haben halt mehrere Maps, die wir spielen, je nach Gegner. Ist natürlich, wie Johannes schon sagte, ist ein Vorteil generell, aber auch ein Nachteil, dass du halt viel mehr Zeit investieren musst auf, weil du halt einfach mehr Maps durchsprechen musst im Detail. Definitiv. Nächste Frage kommt von 99 Damage. Frage zur, oder Frage der Konstanz. Oftmals gibt es große Leistungsschwankungen bei Faven und Kito von Map zu Map. Wie geht ihr oder auch du, Johannes, persönlich damit um und was denkst du und ihr Gründe auch dafür sind? Ja, du kannst da was sagen, Ich denke, das ist halt, also das ist ja eine Frage, die kann man schwer beantworten, wenn man das wüsste, also wir arbeiten an Dingen, wir arbeiten an Methoden, wir arbeiten an Pattern, die sich immer wieder zeigen und arbeiten da auch intensiv dran, aber die Fortschritte, die man jetzt gerade sieht, sind halt einfach sehr gering und wir werden halt immer weiter dran arbeiten. Ich glaube, das trifft auch auf andere Spieler zu, also ich würde das jetzt gar nicht so auf Nils und Josef beschränken, ich denke, das kann man durchaus auch bei anderen Spielern bei uns im Team sagen, das ist ja das Grundproblem, also dass die Konstanz nicht da ist. Es gibt Spiele, also Nils, wenn man sich erinnert, besonders gegen Furia, da macht er halt ein Spiel, wo der Gegner im Prinzip keine Chance hat, da ist es egal, was er tut, das funktioniert alles und ein Spiel später funktioniert das halt nicht mehr. Ich glaube, das ist das, was wir gerade probieren, rauszuwinden, wo Fatih auch sehr intensiv mitarbeitet und schaut, wie man da Lösungen den einzelnen Spielern an die Hand geben kann und ansonsten sind das halt immer Wiederholungen, Disziplin und viel, viel Arbeit, die dahinter steckt, dass halt, dass diese Konstanz sich halt irgendwann so einbindet in den Alltag oder in die Officials, dass, dass dieser Leistungs, diese Leistungsbalance halt nicht so extrem ist, also man muss halt ein gutes Niveau haben und kann leicht nach oben und leicht nach unten ausbrechen und das ist halt das Ziel. Ja, also was ich dazu sagen kann, ist, ich denke, jeder von uns ist in einer Weise sehr unkonstant. Der Einzige, der wirklich sehr, sehr konstant spielt die letzte Zeit ist einfach Karim, spielt gute Turniere, spielt sehr gute Games, rettet uns sehr auf den Arsch, aber alle anderen vier Spieler, denke ich, ist ein bisschen, ja, ist mal gut, mal nicht so gut, mal schlecht, mal sehr schlecht, es ist alles dabei, wie man das beheben kann, das Roman ziemlich gut erklärt, ich denke, da gibt es keine richtige Formel für, jeder muss ein bisschen selber für sich den Groove finden, auch eine gewisse Routine finden, mal auch was anderes, wenn es gar nicht funktioniert, mal was anderes auch testen, was man, meistens ist ja auch, das, was einem nicht gefällt, ist dann das Rezept für, es ein bisschen besser wird, aber ich denke, aber ich denke, wir arbeiten halt hart, und ich denke, woran es natürlich auch zusammenliegen kann, ist, wir hatten halt einen Spieler, mit dem wir halt über zwei Jahre lang konstant halt über eine längere Zeit gespielt haben, man hat gewisse Routinen, gewisse Antworten für sich gefunden, man weiß, wie der andere in gewissen Situationen spielt, das ist einfach auch weg, und es ist einfach auch Fakt, dass Rische ein gewisser Ruhepol war, der uns auch natürlich in gewissen Situationen auch den Arsch gerettet hat, oder auch generell auch mal eine Stimme war im Team, aber wir arbeiten dran, und ich denke, wie gesagt, ich bin in einer positiven Situation, oder ich fühle mich sehr positiv, einfach aus dem Training her, wie die Situation jetzt zur Zeit ist für uns. Letzte Frage vorerst zum Team, weil ich es hier gerade noch im Chat aufgefunden habe, danach ein bisschen allgemeinere Sachen, jetzt wird schwierig, von Papa Rapala, macht es Sinn, auf den Maps, wo es nicht besonders läuft, die Positionen zu tauschen, generelle Frage, der Positionstauschen, oder des Swaps, nur um des Swaps Willens, wie steht ihr dazu, macht ihr das häufiger, oder sagt ihr, okay, versuchen wir uns lieber drauf einzuspielen, auf den verschiedenen Positionen, in verschiedenen Setups, vor allem auf CT, wie geht ihr da ran? Ich denke, es ist sehr, sehr schwierig, das zu verallgemeinern, es gibt gewisse Spieler, die haben gar kein Problem, mal mit einer anderen Position zu spielen, es gibt Spieler, die haben sich schon so lange in eine Position hineingelebt, wo man sagen kann, hey, ich weiß gar nicht, wie der andere Spot aussieht, oder ich weiß gar nicht, wie die Timings sind auf dem und dem Spot, da macht man es halt in der Regel nicht. wir sind eigentlich ziemlich offen, was das angeht, wenn einer eine gute Idee hat, oder einer eine gute Meinung hat, hey, ich denke, ich spiele die Pose hier nicht gut, ich könnte die Pose besser spielen, du könntest diese Pose hier besser spielen, dann sind wir eigentlich offen dafür, aber wir haben sehr, sehr lange überlegt, wie wir unsere Spieler, oder ich habe, Vati und ich, oder auch sehr, also auch ich, habe sehr lange überlegt, wie wir am besten unsere Spieler einsetzen können, ähm, ja, natürlich bin ich da gerne offen für, wenn wir eine bessere Lösung haben, aber ich denke, generell gesehen, haben wir eigentlich gute Positionen, wo wir uns wohlfühlen, natürlich auf ParMaps gibt es hier und da, jemand da fühlt sich nicht so wohl, aber das ist halt so, man kann es nicht jedem recht machen. Ich glaube, das ist auch einfach ein Zeitfaktor, also dadurch, dass die Turniere, das hatten wir am Anfang schon, alle relativ zeitnah aneinander sind, ist es halt nicht so einfach zu sagen, man testet jetzt mal anderthalb Monate, ähm, die optimale Pose für Spieler XY aus, ne, also man hat einfach nicht die Zeit, das ist ja Turnier an Turnier und wenn mal der Player Break kommt, ähm, dann ist das halt auch mal eine Pause, die die Jungs brauchen. Also ich glaube, momentan ist es wirklich schwierig, möglich ist alles, aber man kann nicht im laufenden Geschäft ständig die Posis weg sind, ne, und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum man, warum man sich festlegt und auch lange daran arbeitet, dass das besser wird, ist ja auch ein guter Weg, ähm, aber der andere ist halt auch schwer möglich, dass man einfach sagt, man testet jetzt mal was anders aus. Ja, auch im Fußball, ne, wenn man das Beispiel mal ranzieht, äh, man ist ja nicht, äh, aus dem Verteidiger, auf einmal einen Außenspieler, ne, Außensstimmer, nicht innerhalb einer Saison, also auch nur, es gibt ja beim Fußball auch, ne, also ich denke, es gibt so Multitalents, ich würde, ich persönlich würde ja zum Beispiel sagen, äh, äh, ein Johannes wird wahrscheinlich auch fast jede Posi spielen können, es gibt halt Leute, die, die verstehen das Spiel und die können die, klar, es gibt immer Stärken und Schwächen, die eine ist ein bisschen besser, die andere ist ein bisschen schlechter, aber grundlegend denke ich, äh, es gibt Allrounder, die können fast jede Posi spielen und dann gibt es halt Leute, die haben mit gewissen Posis einfach ein Problem, ne, aufgrund ihrer Spielweise und, ja, gut, aber beim Fußball gibt es ja auch ein paar Leute, die, ja, Kimmich, Hofmann gibt es ja auch, genau, jetzt kommst du mit deinem Gladbacher hier, ähm, genau, ein, zwei Fragen außerhalb des Teams, äh, Thema Counter-Stack 2, natürlich, äh, allgegenwärtig, ich denke, äh, du und auch das Team habt es auch viel verfolgt, ihr habt auch was, äh, wir haben auch ein Video dazu gemacht, ein bisschen mehr auf die YouTube-Clips, die es gab, Karim hat ein bisschen angezockt, ähm, ich nehme mal an, der Fokus ist nicht voll da drauf, äh, das könnten wir hier schwer verargumentieren und ich weiß es ja auch, dass ihr euch weiter natürlich auf Go konzentriert, ähm, aber wie so deine ersten Gedanken und, äh, kannst auch gerne nochmal voll auf der Kamera sagen, dass du nicht den ganzen Tag Counter-Stack 2 spielst. Ja, ich hab fünf Minuten Spielstunden, wenn überhaupt, ich hab einmal Matchmaking gespielt oder Deathmatch oder so, aber das, was ich gesehen hab, sah interessant aus, sah cool aus, auch vor allem das Menü generell, das ist einfach, äh, schöner, neuer, das fühlt sich alles besser an und das, was man gesehen hat in den Trailern oder auch generell in den Streams, die ich geguckt habe, es, äh, sieht sehr ähnlich aus mit ein paar anderen Feinheiten, mit der HE zum Beispiel, mit der Smoke, das sind alles coole, neue Features, die man halt dann sehen muss, wie sich das ja wirklich in Competitive dann auswirkt, ob die HE wirklich dann immer beim Crossen verwendet wird oder was auch immer, das sieht man halt dann, wie das Meta sich entwickelt, ich denke, man kann da wieder sehr, sehr kreativ sein, vor allem auch was, ich denke, was ein sehr, sehr großer Pluspunkt für uns ist, ist, dass die ganzen Skyboxen einfach entfernt wurden, das heißt, man kann vom T-Spawn über CT-Spawn eine Smoke werfen, die sehr hilfreich sein kann und da denke ich, können wir auf jeden Fall ein bisschen mehr rausholen als andere Teams, wo wir vielleicht ein bisschen mehr schwanken, aber prinzipiell denke ich, ist es ein sehr, sehr gutes, sehr, sehr gutes Zeichen für Counter-Strike, dass Valve das erste Mal in, ich glaube, in Geschichte, wenn ich zurückdenken kann, dass sie mal Werbung für ihr Spiel gemacht haben oder generell auch, dass sie darauf aufmerksam machen, dass es eine Beta gibt, dass es sehr vieles Neues gemacht wird, viele Bugfixes, das bin ich sehr zuversichtlich auf die kommende Zeit und auf die Zukunft, da freue ich mich sehr, sehr drauf. Ab wann geht es dann für euch los, sobald das letzte CS-Go-Turnier gespielt ist? Ja, auf jeden Fall, also mir kribbelt es schon ein bisschen in den Fingern, aber ich versuche da echt so gut wie gar nicht zu spielen, ich gucke, wenn gucke ich ja ab und zu ein paar Streams und es gibt ja auch nur das Zwei, aber klar, sobald alle Turniere, sobald alle Turniere gespielt werden und absolviert werden und hoffentlich auch ein bisschen erfolgreicher gespielt werden, dann werde ich ab und zu mal aufspielen. Ich denke, wichtig ist der Übergang, also aus meiner Sicht sollte man nicht den Fehler machen, so parallel das zu announcen, sondern die Turnierveranstalter sollten sich an einen Tisch setzen und sagen, wir steigen alle komplett auf CS2 um und machen nicht den Fehler in der Vergangenheit, das war zu mir in meiner Zeit schon so, dass es auf einmal zwei Titel gibt, die sich unterscheiden und die Community so ein bisschen spaltet, ich denke, aber den Fehler wird weil wir nicht nochmal anmachen, da bin ich mir sicher. Ja, derzeit sieht es ja auch so aus, Timing-mäßig, dass man sagt, okay, letzter Turnier vor Player Break, Go und dann Player Break, das war es dann auch wahrscheinlich für eure Player Break zum Ursteil, natürlich solltet ihr ja trotzdem Auszeit nehmen und dann das Erste, wer dann glaube ich last und dann ist es auch schon Köln, also könnte alle gespannt werden. Frage kam übrigens von Fotografie von Twitter. Follow-up dazu von Xawx, liebe Grüße, auch von Twitter, eine Frage an euch beide, Jonas kann gerne anfangen, lieber das letzte CSGO-Major gewinnen oder das Erste CS2-Major gewinnen? Das ist natürlich in unserer Situation derzeit eine schwierige Aussage, aber vielleicht habt ihr trotzdem da. für mich persönlich, ich würde eher das Erste CS2-Major gewinnen, einfach das ist ein neues Kapitel, das ermöglicht sehr, sehr vieles Neues, aber beides, ich würde jetzt ja zu beidem sagen, auf jeden Fall. Ich hoffe, wir gewinnen das letzte CSGO-Major. Sehr gut. Gut, ihr könnt auch gerne einmal kurz in den Chat schauen, ansonsten gucke ich gerade, weil natürlich viele Fragen sich auch leicht überlappen. Ich glaube, ja, eine Frage habe ich hier oben gelesen, hatte ich vorhin, also ich glaube, das kann man, es gibt manchmal Situationen, die Frage war, wieso sind wir nicht viert im Bootcamp, Johannes hat es ja gesagt, soll natürlich eigentlich kein Online-Bootcamp sein, wir haben geplant, dass wir ein Bootcamp zu fünft machen. Es ist wie bei allen Sachen, dass manchmal private Sachen halt dazwischen kommen, da können wir auch nicht weiter darauf eingehen, aber ich meine, ihr seht es eh, wir hatten das im Vergangenen, in der Vergangenheit auch schon öfter, gefällt uns auch nicht, müssen wir ganz klar sagen, wir haben den Wunsch, das anders zu planen und planen das auch relativ intensiv immer so ein Bootcamp und ist natürlich für uns auch blöd und schade, besonders für die Jungs, wenn dann einer nicht kann, aber es geht halt manchmal einfach nicht und diese privaten Gründe muss man halt akzeptieren, akzeptieren wir, wir können die euch nicht weitergeben, aber wünscht sich natürlich jeder anders, ich weiß jetzt gar nicht, von wem die Frage kam, aber ich denke, sowas kann man halt offen und ehrlich beantworten, das sind meistens persönliche Gründe, warum wir jetzt hier nicht zu fünft beziehungsweise zu sechst oder auch zu siebend sitzen, wenn mal noch ein Analyst dazukommt, also Lukas dazukommt, ja, wünschen wir uns anders, geht manchmal nicht anders, leider Gottes. Genau. Eine Frage noch von Nighthand Damage, Thema I am Rio, für was wir uns qualifiziert haben, auch je nach Ausgang natürlich vom RMR, wichtige Major-Vorbereitung, dann je nach Ausgang oder zusätzlicher Reisestress, wenn ich mal kurz den Kalender aufmache, wir sind quasi in Kopenhagen verblast und ihr werdet von dort auch dann direkt nach Rio reisen. Genau, wie seht ihr das aber aus Spielersicht und dann natürlich auch Roman? Also ich als Spieler vor allem in jetzt dieser Zeit nehme alles, was kommt sozusagen. Wir versuchen, also aus meiner Sicht ist es so, dass ich mich sehr, sehr gerne wieder beweisen wollen würde und gebe mir so viele Möglichkeiten, die ihr mir geben wollt. Ich nehme das gerne mit Kurshand auf, spiele so viel, wie ich kann und zeige, dass wir wirklich daran arbeiten, auch uns zu verbessern. Klar ist die Realität manchmal leider ein bisschen anders. Wir verlieren des Öfteren mal Spiele, gewinnen vielleicht hier und da mal ein Spiel, aber je mehr Möglichkeiten da sind, desto besser ist es ja für uns sozusagen. Natürlich ist der Reisestress mal weggenommen. Es ist natürlich Stress, aber es ist ein Privileg. Du bist in einem anderen Kontinent, du bist in einem anderen Land. Du spielst Counter-Strike, um es zu lieben. Viele Panzer draußen schauen dir dabei zu, dass du es machen kannst. Das ist immer noch ein Privileg und für uns Spieler ist es auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Erfahrung, wo wir sagen, ey, das ist einfach geil, dass wir da sowas machen können und da spreche ich, denke ich, für jeden Spieler, wer da nicht gerne hinfliegen wollen würde, der ist dann leider am Fehl am Platz, weil es sind einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten, die uns gegeben werden und die nehme ich persönlich halt einfach mit Kurshand an. Ja, ich kann, kann, also, gut, das ist Passion, das merkt man. Ich kann so ein bisschen sagen, ich finde, ich persönlich würde es mir so wünschen, dass die Turniere nicht nahtlos ineinander übergehen, dass man ein, zwei, drei am besten eine Woche wenigstens dazwischen hätte und auch nochmal ein bisschen Kraft tanken könnte, ein bisschen Energie, vielleicht sich auch nochmal ein bisschen vorbereiten, das Turnier, was man gerade gespielt hat, resümieren und das halt mitnehmen aufs nächste Turnier, ist leider Gottes nicht möglich und deswegen denke ich, macht man einfach auch das Beste draus und ich pflichte da Johannes bei, also es ist ein, es ist halt Leidenschaft, es ist ein Privileg, auf diese Turniere zu fahren, vor Zuschauern zu spielen. Ich glaube, Rio ist auch, haben wir ja schon beim letzten, beim letzten Turnier gesehen, auch nochmal was ganz Besonderes gerade vor den Fans zu spielen und ich denke, das entschuldigt halt dafür und das sind natürlich intensive Wochen, die jetzt vor uns stehen, aber ja, gehört zum Geschäft dazu und ich denke, man nimmt auch sehr viel mit aus dieser Zeit. Ja, ich kann natürlich da noch was zu addieren, weil du hast natürlich nicht Unrecht, dass dieses System, das zuerst fährt, ist natürlich sehr ungesund generell für einfach die Spieler und auch die Organisationen und die Veranstalter. Es sind sehr, sehr viele Turniere, man kommt teilweise auch nicht mit, was überhaupt gespielt wird. Ich würde mich auch darüber freuen, wenn es halt einen geplanten Schedule gibt, wo man sagt, ey, du spielst jetzt das und das, dieses Turnier, dann hast du hier eine Woche vielleicht immer geile Pause und dann hast du von da und dann wieder mehrere Turniere. Die Realität ist natürlich anders, deswegen, warum sollte man über etwas sprechen, was keine Hand und keinen Fuß hat. Ja, genau, das ist einfach nur die Realität und dem müsst ihr euch annehmen, wir als Organisation natürlich generell. Nächste Frage von Smaik, auch von Twitter. Als bevölkerungsreichstes Land der EU, warum ist, scheint, unser Talentpool so limitiert? Was braucht es um die deutsche Counter-Strike oder um die deutschen Counter-Strike-Teams oder in den deutschen Counter-Strike-Teams wieder ein internationales S-Tier-Event zu gewinnen? Das Academy-System scheint ja schon Früchte zu tragen, gibt es in der Richtung noch andere Ideen? Das ist eine sehr weit gefächerte Frage. Ich würde ganz gerne anfangen. Also ich denke, das Academy-Thema trägt Früchte bei uns, ansonsten ist die deutsche Szene da sehr weit entfernt von und ich glaube, zum einen trägt mit Sicherheit die Lage in Deutschland dazu bei, die politische Lage, dass immer noch die Akzeptanz nicht da ist, wo sie aus meiner Sicht sein müsste und auch den Mehrwert des E-Sports einfach zu erkennen und in der Hinsicht einfach, also wir betreiben ja immer noch Pionierarbeit, also wir sind ja nicht, wir haben ja nicht das Standing, was in anderen Ländern schon lange der E-Sport hat, also wenn du in Dänemark schutzt, in den skandinavischen Ländern oder auch in den südamerikanischen Ländern oder, also es gibt in Russland auch zum Beispiel, das ist jetzt vielleicht mittlerweile, aber in jedem Land in der Ukraine, es gibt, in jedem Land ist einfach CS hat einen ganz anderen Stellenwert, in Deutschland ist es immer noch so, dass wir, dass wir so für die Anerkennung kämpfen müssen und immer wieder uns erklären müssen, was aus meiner Sicht einfach irgendwann mühsam und anstrengend ist, also es wurde jetzt so oft offengelegt und dargelegt, wie, wie viel Mehrwert der E-Sport einfach hat und wie viele Kulturen und Menschen der Sport zusammenbringt und ich denke, diese Diskussion ist einfach, also ich bin diese Diskussion leid, aber das ist mit ein Grund, warum wir wenig Talente haben als das bevölkerungsreichste Land Europas und ich bin da auch ein bisschen enttäuscht drüber, wir probieren da viel zu tun und viel zu ändern, mit dem Academy-Projekt den richtigen Weg zu gehen, aber du wirst nur besser, wenn du Konkurrenz schaffst und wir brauchen einfach in Deutschland wieder viele gute Teams, die halt auch Ambitionen haben, die auch bereit sind zu investieren, eine gute Arbeit machen, einen guten Weg gehen und uns auch wieder herausfordern und das ist im Moment, also ich sehe es einfach nicht und das ist einfach enttäuschend und das ist halt auch der Grund, warum wir mit dem Academy-Projekt diesen Weg gehen wollen, aber es wird halt echt schwierig auf Dauer da immer wieder die Talente nachzuholen, weil das schaffen wir alleine einfach nicht. Ja, exakt. Genau, diese ganze Arbeit, die wir auch intern betreiben, also bei Big selber, eben auch in die politische Richtung und so weiter, das passiert halt auch alles neben unserem Hauptjob, eben Big auch weiter nach vorne zu bringen und natürlich haben wir auch ein Interesse daran, dass eben E-Sport und in dem Fall auch Counter-Strike auch im Breitensport mittel- bzw. langfristig ankommt, weil wir eben genau die Mehrwerte sehen, wo man auch schon erwähnt hatte, aber das ist Arbeit. Da müssen Stunden investiert werden, da muss mit Leuten gesprochen werden, da müssen Leute überzeugt werden, da müssen Leute eingeladen werden zu uns nach Berlin, da muss sehr, sehr, sehr viel passieren und das ist dann oft auch nur der erste Baustein des ganzen Hauses und genau, derzeit, ich würde sagen, wir sind auf alleiniger Flur, was Deutschland im CS angeht, da wurde sicherlich auch schon sehr viel Arbeit auch geleistet, ich sehe auch, was in Schleswig-Holstein und Co. auch in Sachen Counter-Strike eben auch gemacht wurde, Gaming im allgemeinen, wurde im allgemeinen, aber das ist ein sehr, sehr langer Weg, wir sind da dran, wir wissen, dass wir eben als bestes deutsches Team in Counter-Strike und einer der Top-Organisationen in Deutschland da vorangehen müssen, dass es auch in gewisser Weise unser Job ist und dem haben wir uns auch angenommen, aber das ist auf jeden Fall, wie man so schön sagt, ein Prozess und das passiert nicht innerhalb eines Jahres, nicht zwei Jahren, wahrscheinlich auch nicht drei Jahren, seit Beginn, das ist einfach ein bisschen Zeitgeist und mit den richtigen Leuten und mit den richtigen Positionen, da muss dann auch sehr, sehr viel zusammenkommen, das ist einfach in Deutschland eine Sportstruktur und auch eine Förderungsstruktur, die seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren so gemacht wird und so haben wir das schon immer gemacht und da wirklich etwas zu bewegen, genau. Ja, ich glaube, das fängt so, ich glaube, dieser Wandel fängt so ein bisschen mit unserer Generation an oder mit meiner, also ich bin mit E-Sport aufgewachsen, ich habe den E-Sport geprägt und die Diskussion gab es damals schon, aber wenn immer mehr Leute aus meiner Generation Stellen einnehmen, wo sie auch was bewirken können, dann findet kontinuierlich so ein Wandel statt und ich glaube, das passiert so langsam, aber wie du schon sagst, es wird das noch eine Weile dauern, bis bis man dann da ganz oben angelangt ist und sagt, ja, man kann wirklich was bewirken, weil diese Diskussion ist manchmal schwierig, denke ich. Aber gut, haben wir genug drüber gesprochen jetzt, denke ich. Genau. So, ich klicke mich einmal durch. Okay. Okay. Ich habe noch eine Frage von TheBird13 auf Twitter. Vorab grundsätzlich für Spielverständnis nicht auf die aktuellen Ergebnisse bezogen. Wofür nehmt ihr für gewöhnlich während eines Matches Timeouts? Wie kommt es dabei auch auf andere Teams bezogen, dass selbst bei hohen Niederlagen oftmals nicht alle Timeouts gezwungen werden? Ich denke, das wird so ein bisschen daher, okay, wir kommen auf die Schnauze, haben aber irgendwie noch drei Timeouts, wieso wird da nichts gezogen? Das ist immer so der von außen der Impuls, den ich auch natürlich nachvollziehen kann. Als Fan. Auf jeden Fall. Also, ja, darüber haben wir eigentlich so ein bisschen grob gesprochen. Timeouts werden grundsätzlich einfach genommen, um entweder auf etwas aufmerksam zu machen oder etwas zu highlighten, was gut oder schlecht läuft, um das Beste daraus zu machen. Klar, kann man noch mehr Timeouts nehmen. Es gibt aber auch teilweise Situationen, wo alles eigentlich klar ist und man kann natürlich noch eine Timeout nehmen, um einfach den Gegner ein bisschen zu verunsichern oder den Gegner ein bisschen denken zu lassen. Aber ich denke, grundsätzlich habt ihr da recht. Man kann normalerweise noch mehr Timeouts nehmen, man hat vier Timeouts pro Spiel, man kann alle einfach verwenden. Aber sonst gefühlt im Spiel würde ich jetzt sagen, dass jetzt nicht eine Timeout oder mehrere Timeouten jetzt irgendwas besser oder schlechter machen würden. Würde einfach wahrscheinlich mehr Informationen preisgegeben werden, was hier und da passieren, was hier und da verändert werden können. Aber wir werden mal mehr Wert drauflegen. Also ich werde mal mehr Wert drauflegen und einfach auch um eine gewisse Ruhe oder auch einfach nur Fatih seine Stimme mal vor allem im Laden dann hören zu können, ist natürlich immer was Schönes. Da werde ich mal ein bisschen mehr Wert drauflegen, dass wir mal die Timeouts benutzen, dann auch wenn, sagt man, das Ergebnis nicht allzu gut läuft oder natürlich auch, wenn es sehr gut läuft. Sehr gut. Eine Frage noch von Red von Twitter. Thema Sportpsychologe ist es angedacht, geht vor allem auch erstmal an dich, Roman, in Zukunft, Nahe Zukunft, während der Zukunft, mittelversichert Zukunft mit einem Sportpsychologen nochmal zu arbeiten, ihn aufzunehmen, die Arbeit. Ja, kurz und knapp, ja, also wir sind auf der Suche und schauen uns da sehr intensiv um, haben auch schon ein paar Gespräche gehabt. Ich denke, das ist ein Bereich, der immer wichtiger wird und es muss aber einfach passen. Also es gibt auch sehr viele Sportpsychologen, die dann halt nicht den Mehrwert haben, den man sich wünscht und vielleicht auch nicht so arbeiten, dass sie den E-Sport halt, du musst halt so ein bisschen so eine Affinität zum E-Sport haben. Du musst wissen, um was es geht, du musst wissen, wie der aufgebaut ist, die Struktur kennen, den Rhythmus kennen. Wie Johannes schon sagte, also manche Sachen sind mit Sicherheit nicht noch nicht so strukturiert, dass sie halt wirklich gut für den für den einzelnen Spieler sind und teilweise auch teilweise vielleicht auch ein bisschen ungesund und ich glaube, aber sie sind halt, wie sie sind, an dieser Struktur arbeiten wir ja auch die ganze Zeit. Wir sprechen auch viel mit den Veranstaltern, aber das muss halt ein Sportpsychologe verstehen und muss halt trotzdem das Beste rausholen und nicht dagegen ankämpfen, weil diese Struktur, die probieren wir zu verändern, aber sie ist halt, sie ist halt trotzdem erstmal da und damit muss man halt arbeiten. Also ich denke, wie gesagt, wir sind auf der Suche, aber wir lassen uns diesmal, wir lassen uns ein bisschen mehr Zeit und schauen, dass wir wirklich jemanden finden, der halt auch zu uns passt. Okay. Eine Frage noch von Ninth and Damage, generellere Frage oder Aufstellungsfrage, steht an, offensichtlich das MR und auch das Major, welchen Spieler wollen wir als Substitute listen und würde dieser im Extremfall oder im Ernstfall auch zum Einsatz kommen? Die zweite Frage ist immer ein bisschen what if, aber genau, welchen Spieler planen wir als Substitute zu listen, steht da schon fest. Ich weiß gar nicht, ob es schon offiziell ist, deswegen würde ich eigentlich noch nichts dazu sagen, aber ich schreibe, wer hat das gefragt? Nein, Ten Damage. Okay, dazu. Dafür haben wir ja genau unseren internen Kommunikations-System. Ja, ich komme auf euch zurück und sage es euch. Wie bei der Bundespressekonferenz. Ich lasse mir das dann mal vorlegen und komme auf sie zurück. Zu der zweiten Frage kann ich aber das jetzt sagen. Natürlich, aus spielerischer Sicht würde ich sehr, sehr ungerne darauf zurückgreifen, einen anderen Spieler mitten im Turnier oder auch voll im Turnier einfach auszutauschen. Man bereitet sich sehr, sehr lange auf das Turnier vor und will natürlich dann auch das Turnier mit allen fünf Spielern absolvieren und das Beste daraus machen. Also wir können, sorry, ich dachte, du bist fertig? Nee, ich war auch fertig. Also man kann, man kann die Frage im Prinzip beantworten. Wir sagen jetzt nicht, wer gemeldet ist, aber es gibt, es gibt zwei Spieler, die im Academy Team sich das absolut verdient haben. Das sind aus meiner Sicht, ich glaube, das wird jeder mir beipflichten, David Prosos und Elias und die beiden Spieler, die machen einen überragenden Job, gerade die anderen natürlich auch im Academy Team, aber sie stechen halt einfach ganz klar heraus und haben es sich beide verdient. Und ja, von daher ist die Frage, ja, den Rest könnt ihr euch im Prinzip denken, aber das sind beide Spieler, die man ohne weiteres listen kann und die man halt auch einfach in dieses kalte Wasser reinwerfen kann, aber es ist natürlich nicht der Wunsch, also Johannes hat schon gesagt, das ist für den Spieler immer unangenehm, weil er einfach in einen Pott reingeworfen wird, wo er sich sofort zurechtfinden muss und für das Team natürlich auch, weil du die ganzen Calls, die Taktiken grundlegend zwar schon mal gehört hast, weil wir ein sehr enges Konzept haben, wo Lukas so ein bisschen das Bindeglied ist zwischen Academy Team und Main Team, die haben die gleichen Callouts, die haben teilweise ähnliche Taktiken, aber es unterscheidet sich natürlich trotzdem noch und das ist nie gut, so kurzfristig einen Wechsel zu machen. Gut. Eine Frage aus dem Chat. Stimme geht futsch von LBW 05. Kurz auf das Thema Bootcamp zurückzukommen. Wie ist es mit der Unterbringung vor Ort der Spieler während des Bootcamps? Gibt es Schlafräume oder setzt man da lieber auf ein Hotel, Tapetenwechsel generell? Die Jungs, wir haben, ich kann es ja kurz sagen, wir haben ein Spielerhaus in Berlin und das ist im Prinzip auch bei den Bootcamps nutzen die Jungs das und das ist ja eine temporäre Zeit bei uns und von daher nutzen sie das meistens dort. Wir haben hier Ruhemöglichkeiten im Büro, wo man sich mal ein bisschen ausruhen kann und ja, man kann auch mal ein Nickerchen machen, man kann auch mal hier schlafen, aber grundlegend nutzen die Jungs eigentlich das das Spielerhaus. Genau, eine Frage noch von TheBird13, gibt es irgendwelche Überschneidungen zwischen euch und BiggerKeeper, was beispielsweise Taktik etc. angeht? Haben die ein komplett eigenes Playbook nochmal oder verrät ich glaube auch hier und da mal Gedankentheorien an etwa Coach vor Ort und so war nie die Legende? Nein. Nein. Nein, also es wäre sicherlich wünschenswert, aber wir haben mit dem Academy Team und ich denke, es wäre natürlich auch schön, wenn man sich mit den Mädels austauscht, mit Musa, der einen super Job macht bei bei Equipa, aber es ist zeitlich einfach momentan nicht drin, aber sicherlich überlegenswert, dass man da halt auch ein paar, dass man einfach so ein generelles Coaching Team miteinander verbindet und da halt in regelmäßigen Abständen halt Meetings macht, das machen wir mit dem Academy Team, aber bei den Mädels momentan noch nicht. Eine Frage noch von Zorx aus dem Chat, hoffentlich nicht 100% ernst gemeint. Genau, woran liegt es, dass man oft in Anführungsstrichen 30 Sekunden Go-Runden spielt? Ist der Gameplan, ist das ungeplant? Sein Herz macht das nicht mehr lang für mich mit. Denke ich auch eine gewisse Taktfrage, wenn du darauf eingehen möchtest. Ja, das ist auf jeden Fall eine Philosophie Sicht. Es ist auch immer abhängig davon, wie der Gegner auch spielt. mal bringt der Gegner uns dazu, erst bei 30 Sekunden die Runde zu beenden, mal bringt der Gegner uns dazu, die Runde mal früher zu beenden. Ist natürlich auch Gameplan an sich, aber es ist halt ein bisschen komplexer, was man dazu sagen kann. Wir würden auch lieber bei einer Minute die Runde beenden, wo man noch sehr viel Zeit hat und nicht von der Seite abgeballert wird. Die Realität ist manchmal, dass man doch ein bisschen länger warten sollte und noch kontrollierter gehen sollte, siehe ein Cloud9. Klar ist es ein enormes Beispiel, ein anderes Team spielt so wie Cloud9, aber wenn man das perfektioniert und sie spielen das überdurchschnittlich oft, wenn man das ein bisschen besser drauf hat und das nicht überdurchschnittlich oft, sondern das mal ein bisschen Balance mit einem Pop, mit einem Rush, mit einem gezielteren Aufbau und und und, dann könnte es eine sehr, sehr gute Waffe sein gegen Teams, die uns dazu bringen, bei 30 Sekunden erst die Runde zu beenden. Aber das ist halt wie gesagt ein bisschen komplexer und ja, es tut mir sehr leid für eure Herzen da draußen, aber bei uns in-game ist es natürlich nicht anders. Okay, ein Herztropfen Partnership kommt. Genau. Dann noch eine Frage von SpookyUnit82, die habe ich auch noch gefunden, vielleicht ganz passend. Schafft ihr es momentan nochmal komplett abzuschalten und anderweitig etwas gemeinsam zu machen, zu erleben? Bis auf jetzt das Event, was wir zu Dungeons & Dragons hatten, abgesehen davon, wo wir jetzt im Kino waren, jetzt zweimal habt ihr sonst noch was, habt ihr Zeit dafür. Ich glaube, das ist halt ein bisschen das Problem, durch den Spielerwechsel von Matze zu Flo auch, ist das Programm gerade sehr intensiv. Wir haben viele Turniere gespielt, wir haben, wenn ihr jetzt mal seit dem Wechsel schaut, was wir alles gespielt haben oder was wir auch spielen mussten teilweise, ist es halt schwierig zu sagen, wir nehmen natürlich immer mal freie Tage, die dann jeder auch für sich ein bisschen braucht einfach, aber das ist das vielleicht, was ein bisschen zu kurz kommt. Also Dungeons & Dragons war ein netter Ausgleich, wo man halt mal mit den Fans auch gemeinsam einen Film genießen konnte, aber ich glaube, die Tage, die wir gerade frei machen, sind auf jeden Fall auch ein paar, die nutzen die Jungs halt auch, um Energie bei ihrer Family zu tanken. Ja, ich kann ja was dazu auch sagen, also es gibt immer verschiedene Spielertypen oder auch generell Persönlichkeiten. Es ist halt so, einer kann mehr abschalten als der andere, ich bin halt einer, wenn vor allem in einer schwierigen Zeit dann rattet halt der Kopf und da gibt es halt nicht Abschalten, da gibt es immer, was muss man besser machen, wie muss man, woran, was macht uns eigentlich gut und die ganzen Fragen, die halt im Kopf sind, die muss man halt versuchen abzuarbeiten. Manche, ey, wir haben verloren, weiter geht's, nächstes Spiel geht's und dann kann der andere halt ein bisschen besser abschalten, aber es ist halt persönlich, es ist halt von Person zu Person ein bisschen unterschiedlich, aber jeder muss halt seinen eigenen Weg finden, da man halt ein bis zwei Tage eigentlich in der Regel halt frei hat, gibt es halt dieses Abschalten nicht, wo man sagt, boah, ich denke mal nicht daran, wie wir jetzt im Open Qualifier verloren haben, das gibt's eigentlich nicht. Okay, genau, Thema Herzen von Kamamun aus dem Chat, wie ist es eigentlich mit Doping-Tests, gibt es sowas? Das letzte Mal Doping-Tests hatten wir, glaube ich, weil ich zumindest dabei war, Köln 2018, als ich das mitbekommen habe, gab es danach nochmal einen Doping-Test? Ich denke nicht. Ne, also 2018 in Köln war es echt das erste und das letzte Mal, glaube ich, so von unserer Seite aus, war auch das erste und letzte Mal in einem Playoff, aber, ne, ich glaube, von den anderen Teams natürlich auch, da kriegt man auch nicht so viele Informationen von. Genau, okay. Sigat, keine Fragen, will auch nur noch kurz einmal einstreuen, dass unser Social Media Department unabhängig von unserem Sport Department arbeitet, also das hat selten miteinander zu tun, wenn wir viele Postings machen, heißt das nicht, dass wir nicht trainieren oder ihr nicht. Ich wollte das Chance gerade nochmal machen. Kam diese Frage auf? Die Fragen und Statements wurden in den letzten Wochen und Tagen öfters geäußert und wollte mir die Gelegenheit nicht nehmen lassen. klar, natürlich aus spielerischer Sicht unabhängig von der Organisation her ist es einfach schöner nach einem Win zu tweeten oder generell nach einem Win Social Media aktiv zu sein und nach einem Loss gibt es natürlich dann auch sehr, sehr viele Menschen, die einen privat anschreiben und nicht besonders schöne Dinge einem wünschen. Das ist jetzt nicht förderlich in der Situation. Allerdings kann ich natürlich auch verstehen, die wahren Fans, die hinter einem stehen, wollen natürlich auch nach einem Loss nah an einem dran sein. Genau. Die Antwort war jetzt nicht speziell auf deine Frage, geht mal. Das war eine generelle Aussage, die vorher auch auf Twitter gefallen ist und da muss ich das Social Team auch ein bisschen kurz nehmen, die sich dann dort verteidigen müssen, aber genau, wir suchen natürlich alles, ob Sieg oder Niederlage, so schnell wie möglich auch euch zu berichten auf Social Media, manchmal schneller, manchmal weniger schnell. Auch wir haben nicht nur ein Team, wir haben auch mehrere Teams und haben alle sehr viel und MatchCoverage ist auch ein großer Teil der Arbeit unserer Social Media ManagerInnen und wenn es da manchmal ein bisschen länger dauert, dann wollen wir das natürlich entschuldigen, aber genau, wir klugen Besserung. Gut, ich bin mit den Abfragen größtenteils durch, nochmal durch, scrolle, genau, hier ist nochmal die Frage, hier ist nochmal die Frage, haben wir mit unserer Transferpolitik die deutsche Szene kaputt gemacht? Also, das ist, weiß nicht so richtig, dann, dann müsstest du auch sagen, hat Bayern den deutschen Fußball kaputt gemacht oder, also ich meine, das ist ja der normale Weg, du willst ja als, du willst ja als, als Spieler immer das Höchste erreichen und du gehst natürlich erstmal national zu dem Team, wo du die, wo deine Ambitionen halt auch Gehör finden und wo du halt mit Gleichgesinnten bestimmte Ziele erreichen kannst und wenn, wenn du an einem Punkt bist, wo du sagst, hey, hier geht's nicht weiter, dann gehst du halt zu einem anderen Team, äh, was international aufgestellt ist, also ich denke, das sehe ich halt überhaupt nicht, ich denke, es ist halt wichtig, dass man Konkurrenz hat, aber, ähm, das ist halt ein normaler Werdegang im, im Sport und man sagt ja nicht, ähm, man holt einen Spieler nicht, weil man Angst hat, das andere Team zu schwächen, also es geht auch nicht, das geht nicht darum, das andere Team zu schwächen, es geht darum, dass man das Bestmögliche aus sich selbst rausholt, ne, und die Bestmögliche Konstellation, äh, in seinem Team aufbaut, da geht's primär ja nicht um das andere Team, also das sehe ich, das ist halt, wenn man Hobby-mäßig spielt, dann kann man darüber reden, dann kann man natürlich sagen, das können wir jetzt nicht machen, wir müssen hier ungefähr gleich gut sein, aber, das ist halt im, im Sport einfach nicht, nicht möglich, sehe ich halt ganz anders. Ja, aber auch, äh, man darf einfach nicht vergessen, dass ein Spieler mit Ambition will einfach zu dem besten Team und wenn das beste deutsche Team offensichtlich gibt's halt nur uns, dann ist das Interesse natürlich von beiden Seiten auch da, also das darf man halt nicht vergessen, dass es nicht nur einseitig ist, sondern auch ein Spieler, der wirklich Ambitionen hat, ganz oben mitspielen zu können oder mitspielen zu wollen, in Deutschland hat eigentlich nur zwei Optionen, entweder man ist international so gut genug, dass es, dass man interessant ist für die Teams oder man versucht auf dem Weg irgendwie zu uns zu kommen. Ja, sicherlich auch, ähm, auch nochmal zum Thema Nachwuchsförderung, ne, wenn ich gerade auf LTV gehe und das Video-Ranking sehe, ähm, dann sehe ich da zweimal Big oben, ne, also das ist, das ist auch, äh, kein, äh, Indiz dafür, dass wir, äh, nicht die Liga oder die Szene kaputt kaufen, ähm, also durchaus auch mit den Spielern, die ich da in unserem Hauptteam sehe, ähm, ja, auf jeden Fall, denke, da brauchen wir uns, äh, in erster Linie nicht an die eigene Nase fassen, ähm, eben das Thema AMR noch kurz aufgefangen, wir sind kurz auf Eingang am Anfang, ähm, aber generell nochmal, ich habe gerade auch nochmal die Gruppe aufgemacht, ich kann die gerade mal in unsere Gruppe jetzt schicken, mit unseren Opponents für unsere AMR-Qualifikationen, wir müssen so ab 8 werden, äh, mit dabei sind Teams wie G2, Heroic, Cloud9, auf die wir jetzt schon getroffen sind, Vitality, Enz, Astralis, Force, Spirit, Beer, Eternal Fire, äh, das auch für ihren Wiedersehen, dann noch John, Nip, 9, Monte, Europa, 500 und iNation. Es gibt noch einen Last Chance Qualifier. Äh, iNation ist closed, äh, Last Chance Qualifier, nee, Team 500 ist... ich meine, wenn du, wenn du nicht 3 Zweiges in die Top 8 kommst, dann kannst du dich noch über einen Last Chance Qualifier qualifizieren. Deswegen bist du Sportdirektor. Ja? Wann ist der? Die, die Teams, naja, direkt auch in Kopenhagen, die Teams, die 2-3 gehen, haben nochmal die Möglichkeit, in einem kleinen, äh, gesonderten Turnier halt, ähm, noch einen Slot zu kriegen. Gut. Ist direkt am Anschluss, am 15. Wie wäre das denn? Ah ja, 3rd Place Decider Bracket, ich sehe es gerade. Genau. Ähm, ja, Einschätzung. Natürlich bockstarker Gruppe, ganz klar, aber, da sahen wir immer noch ganz gut aus gegen, genau, die bockstarken Teams. Was meint ihr? Vielleicht liegt uns ja, äh, das RMR, also ich meine, die letzten Male sind wir, haben wir immer einen Legend-Status bekommen. Ähm, ja, dann übergebe ich das Wort an dich, Johannes. Ja, Also ich bin eher Realist als Optimist oder Pessimist. Ähm, ich bin immer für Spiel zu Spiel. Jetzt zur Zeit unserer Form ist es einfach, es ist leicht zu sagen, dass wir große Hoffnungen haben. Wir haben natürlich Hoffnungen, aber wir versuchen wirklich das Beste daraus zu machen und mit der Unterstützung von euch, vom Management vor Ort und auch generell die, die Unterstützung hier vor Ort, im Büro, Essen immer da, alles, was wir brauchen, ist immer da, die Stimmung ist immer nice, da werden wir das Beste daraus machen und wie du schon sagtest, das Turnier-RMR liegt uns einfach, vielleicht, wir sehen uns ja dann, aber ich bin immer Spiel für Spiel und ich hoffe, wir werden uns im Turnier steigern. Das ist halt wichtig. Wir haben, glaube ich, am ersten Tag zwei Spiele. Das erste Spiel, kann man jetzt sagen, ist ein gutes Los. Ich denke, im BO1 im Laden gegen so ein Team, was nicht zu verlieren hat, es kann gefährlich sein, darf man nie unterschätzen, machen wir sowieso nicht. Wir haben ja nicht mal einen Grund, jetzt irgendwas zu unterschätzen, aber ich meine, grundsätzlich, jedes Team ist einfach wegen einem bestimmten Grund da. Es will sich qualifizieren und die werden ihr Leben dafür opfern, das zu erreichen. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir auf jeden Fall ein besseres Big zeigen, jetzt in der nächsten Zeit und dafür werden wir alles machen, was in unserer Macht steht. Lenz hatte ja auch gefragt, glaube ich, im Chat irgendwo, wie die Seedings zustande kamen. Ja, also man muss, ist halt, glaube ich, einfach ein bisschen Pech, ne, dadurch, dass das halt die Punkte sind, wer sich für's, wer sich, wer einen Legend-Status hatte und so weiter und so fort. G2 hat's jetzt erst über den Qualifier geschafft, ne, weil die halt auch ein relativ schlechtes Jahr letztes Jahr hatten, bis auf das Ende, ne, das Ende war natürlich gut mit dem Lars-Klobel-Sieg, aber ich glaube, wir haben einfach auch ein bisschen Pech jetzt gehabt, also die Gruppe ist, also auf dem Papier ist die Gruppe halt einfach, oder auch in der Realität aus meiner Sicht haben wir die viel, viel schwierigere Gruppe bekommen, mit sehr vielen Teams, die hohe Ambitionen haben und ich glaube, letztens auf halt irgendwo auf Twitter hatte ich, glaube ich, gelesen, auch die Durchschnitts-, das Durchschnitts-Ranking pro Gruppe, ne, ich glaube, das ist bei uns hier irgendwie bei 15 und bei der anderen irgendwie auf 27 oder sowas, ne, also man merkt schon, ist halt ein bisschen Pech, aber es ist halt manchmal so, manchmal hat man Glück, manchmal hat man Pech, wir hatten auch öfter schon den leichteren Baum oder die leichtere Gruppe, am Ende, ähm, muss man einfach auch da durch und ich denke, machbar ist alles, so, ich sehe es wie Johannes, man denkt von Spiel zu Spiel, man kann es auf jeden Fall schaffen, man muss so ein bisschen, ähm, da dann anknüpfen, was wir jetzt beim Showdown gezeigt haben und dann ist alles möglich, so, aber Favorit sind wir mit Sicherheit nicht auf ein 3-0 oder 3-1, ne, also das muss man momentan einfach klar und realistisch sehen, aber, ähm, das Ziel ist, dass wir uns qualifizieren und ich denke, das ist ein Ziel, was wir erreichen können. Ja, ja, das, äh, sehe ich genauso und der, natürlich sagt da jemand, dass, ähm, wenn man ein Major gewinnen will, muss man gegen jeden gewinnen, klar, das ist die Voraussetzung und, äh, die Realität ist manchmal ein bisschen anders, wir wollen natürlich gegen jeden gewinnen, wir geben auch alles, ähm, aber was halt entscheidend ist, mein persönliches Gefühl und auch was andere über uns sagen ist, wir sind kein angenehmer Gegner, vor allem in solchen Phasen. Wir bereiten uns sehr, sehr gut vor auf die Spiele, wir bereiten uns sehr gut vor auf die anderen Teams und, äh, da sagen halt viele Spieler, dass wir einfach ein unangenehmer Gegner sind, wir lassen uns viele Sachen neu überlegen, wir sind sehr kreativ in vielen Sachen, klar, das muss man ein bisschen ausbalancieren, wenn wir vielleicht ein bisschen weniger Firepower haben, aber das spielt uns auch ein bisschen in den Karten. Ja, das ist ja gerade auch das Stavix, äh, Coaches, bei Aurora, sehr cool, wieder zu sehen. Gut, ich wäre so weit durch. Letzte Chance, noch Fragen zu stellen. Wenn ihr euch das und, ich habe irgendwann mal, habe ich gestoppt, um 21.45 Uhr Feiern gemacht. Glauben. Ich sehe jetzt gerade nichts, ich gehe jetzt mal ganz nach unten. Nee, ich sehe jetzt auch nichts. ESEA, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. In Qualifyern. Also grundlegend will ich nochmal sagen, auch wenn das jetzt natürlich Zeiten waren oder sind, die herausfordernd sind und die Ergebnisse nicht ganz so stimmen, finde ich halt super, dass die Fans uns halt immer noch unterstützen und an unserer Seite sind und das ist, das ist halt Sport, ne? Also man hat mal schlechtere Zeiten, man hat mal bessere Zeiten, man feiert zusammen, man ist zusammen traurig, man teilt die Emotionen. Das könnt ihr euch sicher sein, dass die Spieler jede Art von Emotionen schon durchlebt haben und jetzt könnt ihr euch denken, dass das nicht die Besten sind, aber das gehört halt einfach zum Sport dazu und wir werden, wir werden weiter daran arbeiten, die Spieler, die Jungs tun alles dafür, dass sie raus aus diesem Loch kommen und haben den ersten Step gemacht mit dem Blast Showdown und jetzt liegt es an uns und an den Jungs einfach den nächsten Step zu machen und dann werden wir Step für Step, Spiel für Spiel uns langsam wieder hochkämpfen und werden alles dafür tun, dass wir, dass wir euch wieder mehr Freude bereiten können. Das ist doch eigentlich ein wunderbares Schlusswort, ja. Muss ich dich leider nochmal brechen und die Audience nutzen. Wenn ihr Pressevertreter oder VertreterInnen seid und ja, in Kontakt, schnell in Kontakt auch zu BIC und unseren Spielern möchtet, dann könnt ihr at Filian Hashtag 137 auf Discord gerne schreiben. Wir haben da ein kleines Presse-Discord aufgesetzt, in dem wir auch interne Presskonferenzen halten und auch eure Presseanfragen bearbeiten. Und genau, meldet euch da gerne, dann läuft das alles wesentlich schneller als über Twitter-DMs. Ja, jetzt habe ich es kaputt gemacht, sorry, Roman. Ja, ist alles okay. Nee, aber ich glaube, es ist auch jedem bewusst, auch jeder, der euch und uns auch schon länger verfolgt, wir geben immer alles, es gibt hier keinen, ach, scheiß drauf, da ist immer Vollgas und immer Arbeit, Arbeit, Arbeit hinter. Ich glaube, dass kein Big-Fan unterstellt euch das. Nein, das merkt man ja auch, wie die Leidenschaft und auch die Liebe zu uns oder auch zu der Organisation einfach ist, dass da mitgefiebert wird, da mitgeweint wird, da mitgelacht wird und das ist ja auch natürlich was Schönes. Es gibt nicht nur schöne Zeiten, es gibt auch schlechte Zeiten, leider Gottes, aber so ist es halt mal und der Zusammenhalt ist das Entscheidende und deswegen war ich auch zum Beispiel jetzt hier, wo wir das Fan-Event hatten hier in Berlin und so viele Fans auch wirklich vor Ort waren, ist auch richtig schön mit anzusehen, dass das Interesse auch, ich sag mal, außerhalb eines Spiels oder außerhalb eines Turniers da vorhanden ist und es ist einfach schön zu sehen, wie was aus uns nach so langer Zeit einfach geworden ist und liebe, liebe an euch alle da draußen und wir sehen uns hoffentlich bald in viel besseren Zeiten. Sehr gut, genau, nächste Kornos-Postokonferenz dann genau nach der Player Break kann man ankündigen, spätestens dann, genau. Vielen Dank, Yannick, auch für die Produktion und vielen Dank für eure Fragen, vielen Dank auch an 99 für die Fragen und wir sehen uns bald online auf Twitter, Instagram, TikTok und Co. Habt einen schönen Abend und tschau, tschau. Tschau.